hey ihr zuckerschnuten herzlich willkommen bei evas gaming zapp zapp hat der mucki wieder alle weggeschnappt ja und er glänzt wieder vor bescheidenheit ist das nicht schön wenn euch wie genau so gefällt wie uns abonniert unseren kanal liked das video und aktiviert die glocke und jetzt viel spaß also kommt ihr zum zeitschloss oder ja ja ich habe ihn immer getroffen in habe ich geschossen den zweiten habe ich am mann dein ernst in tresor habe ich das war mit dem scorpion das war mit dem scorpion also das hat keiner mehr wappen jetzt scorpion regal hat der andere gehabt oder was ach so ein regal hat ja der inhalt noch ein regal gehabt den habe ich ja der hat ein regal groß ist ein regal im dreier team ist er noch ich habe einen drop ich habe noch nie über einen drop gefreut wo sind sie denn ja keine ahnung ich scanne schnell ja es geht doch noch nicht ja die sind hier unterwegs hier ist einer ja naja da auf jeden fall das ist ja noch ein paar bitte nein kannst du vergessen alle meine was denn da hinten ist noch ganz viel losgehen die sind doch süß so süß das sind jetzt die mit so schon ja hab ihn mann kann vergessen stinkst hau ab jetzt wo hattest du noch kabeler schwirr ab man kann ja niemals ich habe ich habe sie schon man kann niemals genug kabel haben ich habe sie schon verstanden ja ich habe eine panzerplatte aber die sitze ich nicht rein wo ist er auf sie zu verschweigen oh hier über uns er hat also irgendeine waffe gefunden da oben hängt er der coach da er hat doch keine waffe gefunden was macht er denn da oben komm runter ja irgendwo irgendwas rum nee geh weg nein ich kann es vergessen hau ab mucki nö verschwinde im winde du musst jetzt hier deine kW überhaupt nicht aufstocken geh weg klar die haben extra wegen leser gemacht nein du nervst hau ab oh der ist ja wirklich so schnell da oben warum bist du so schnell da oben ich bezahle die miete hau auch du ab ja und ich überhaupt internet als dass du überhaupt spielen kannst also was das wichtig war also bedet ohne innen gibt es das andere nichts du willst du wo ist er denn jetzt da der ist ja nicht weg der ist ja nicht mehr hoch ab ja ich geh nochmal scannen toll hast du verjagt du hast du verjagt du hast du verjagt du riechst so schlimm dass er abgehauen ist und du riechst so schlimm dass er eigentlich in lebung verfallen müsste ja der läuft da oben viel spaß sag schon ja ah hier unten ist auch einer oh daco oh scheiße was hält das nen ganz wie wir alle rumrennen verzweifelt das ist ja auch nicht oh nein komm mal auf die Kräne und dann sollen sie warten wo ist er ja vielleicht ist das so ein täuschtigen bums wer soll die die platten ganz zack ach mann ich bin ja markiert denkst du ja eigentlich mal das wäre ja so musst du echt angst haben mhm der disst mich noch zu tode obwohl jetzt ja musst du ja nicht sehen ja so weit kommt man so weit mann mann ich will den haben ne geh weg aber nicht doch jetzt schon der flieger was kommt der jetzt schon oder guck mal was gehört ne hä okay ach mann wo ist der denn jetzt ist der denn hinten weggerannt geh mal gucken Marcel ja kannst du das gucken gehen naja mach mal ein gut in der Zeit ach mann ey ich kann ja mal telefonieren vielleicht geht er ja ran ich müsste hier in dem spiel quatschen können sagen huuuu komm raus naja du kannst doch hi rufen jetzt hi und hu hu kommen raus ist ein großer Unterschied na und aber du könntest dich ja bemerkbar machen vielleicht wirst du ja jetzt raus huuuu warte nix uuuu uuuu das fängt jetzt scheiße da hinten mann klapp gegangen ey fuck oh gott ey das passiert sonst nie irgendwie ne so weit ooo also dass sie rausgegangen sind naja scheiß drauf und jetzt so weil keiner bewaffnet war so ooo fuck da hinten ist einer der hat ne Tarnung oben drüber da steht Giftszahn 007 oh ja alter haut ab Freunde wer schießt denn da hinten wer schießt denn da hinten ich bin das nicht der ist ja im Ausgang der macht doch mal Beutenschüsse wahrscheinlich kriegt er aaa der ist ne wer ist denn das Nadine warum schießt denn da oben ne aber warum schießt denn das hört sich doch an als wenn er oben dann schießt der ist oben am Ausgang ne ne der ist oben hier ne der ist hier oben an den Ausgang scannen wir nochmal auf 3 ah ne 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 auf 1 bei mir schießt der auf 3 ne das halt hier oben bei mir schießt oder gehts mal überhaupt nicht bei mir komm ich schon sehr von 1 hier ach man leute lasst dann lasst dann ne ne like da wenns euch gefällt ich seh gerade sind nur 8 likes kann nicht sein mal sehr sehr ruhig ja neun 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 irgendwie spinnt youtube rum glaube ich könnte man noch was benutzen für wen für wen ja ich warte bis er wieder leuchtet problem ist ich hab jetzt schon den drauf ich geh auf alter reicht sonst reicht nicht ja denn es geht nicht die lampe leuchtet rot alte zippe neun reparier so neun 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 aber noch sitzig im gleichen zimmer freundchen ja mach es jetzt schön das war so ne geile ich versteh nicht was die machen wollten ja das ist gut das ist schön chillig als 3er team ja na weil der eine hatte doch erst level 2 weil zu zeigen wie es nicht geht na für den der guy of kills ist na für den der guy of kills ist toll mucki wirklich du hast uns jetzt nicht wirklich den bekloppten probs unsichtbar gemacht xp und so störtum ich bin jung und brauchte die xp ich kann sie ja markieren hm witzig ja die sind ja auch nicht so ich bin auch nicht so ach das ist für schlimmer du bist der ausgebot ja du bist oh nee Marcel nicht da hoch ne ich ne ich will da louten und so ja aber nicht nach dir da kommt doch mit und so ihop guck mal zusammen hant an hand durchs träumchen oh Marcel hier guck mal hier aber ganz öff ey die wir Director Cabela Hör auf zu schießen. Hinter mir ist auch Kamela. Du musst die Top nachholen übrigens. Ja Kamel. Kamela. Das hat ein Leck da gelassen. Dankeschön Meik. Danke Danke. Danke Meik. Sehr lieb. Oh hier ist noch eine Thompson Rift. Oh ne mir mit. Eine A74K. Ne danke. Ich hab eine VSS von Krieg besser. Eriksson hat mal nie geschrieben gehabt. Wo ist Marcel? Ich weiß nicht ob du schon Marcel erzählt hast. Wo ist Marcel? Und dann haben wir gesagt, dass du nicht da bist. Und dann sagt er so, dass du auf der Angst hast, dass du deswegen nicht kommst, wenn Eriksson wieder auf gekloppte Ideen kommt, wie Pistole mitnehmen. Ach so. Ja klar. Bestimmt nicht. Schaff ich jetzt noch den Loot zu holen? Weiß nicht. Du hast doch ne Kiste. Wo ist denn der Schatz? Da. Hier irgendwo. Und den Felsen da oben. Ne warum bin ich jetzt richtig? Ne hier. Hier. Ich müsste da wohl vorhin den Drop gelootet haben. Ach man. Den Schatz. Äh. Was? Den Drop gelootet hast. Den Schatz. Der Schatz. Der Schatz. Der Schatz. Der Schatz. Ja ja. Komm mal her. Schieß nochmal. Schnell. Komm. Ich muss jetzt nicht vorgehen Marcel. Oh. 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 Ich bin fast down. Alter. Hier mit eurer Scheiße ey. Unglobly. Alter. Ich hatte die mal sehen. Da war ne Tanne davor. Hahaha. Ja so schießt der immer. Hahaha. Anders kann er nicht schießen. Hallo. Hahaha. Da da da. Seht ihr eigentlich wer ein leichter lässt? Noob. Ah so ich bin dann mal weg. Mein Wecker geht um 4 Uhr still. Ich warte noch. Gute Nacht Erichson. Schlaf schön. Schlaf gut Erichson nicht. Einen guten Start in die neue Arbeit. Schlaf gut. Schlaf gut. Ich schieße ihn nochmal zurück weil er mich eingeschossen hat. Hab ich überlebt das weder nicht ey. Hp. 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 Alter. Hp. 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 Ich dachte ich dachte du wärs down, du hattst dich denn echter Headshot an. Hp. 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 muss ausweichen der richtigkeit gewesen der best 1 1 kommt